Falltest. Ein weiser Mann sagt ihm einmal, freu dich drauf. Auf jeden Fall noch geile Stärkung wie immer. So billiges Huberbrot und extra Wurst und... was weiß ich denn für eine Scheißritte wieder? Auf jeden Fall... Wenn es um meine Wurst geht, da ist ich mehr dabei. Wir müssen dann da rauf gehen, irgendwo da oben. Und dann müssen wir wieder runter gehen. Außer eigentlich extrem unlogisch. Und dort ist dann irgendein Loch im Boden oder eine Betonröhre. Und dann wird es eng, feucht und dreckig. Irgendwie so in die Richtung. Eine Betonröhre? Irgendwie aber auch. Wenn es genau bei der Markierung im Park den Zaun entlang geht, kommt auf die linken Seite mal ein Loch im Zaun, wo ein kleiner Seil runter geht. Oh, ein schönes Handy hast du da. Oh, ja dankeschön. Hier ist schon mal ein verschlossener Ausgang von diesem Bunkerstollen oder wie auch immer. Aber wir gehen gleich da rauf. Ich habe gerade einen Putsche lassen. Tut mir leid, wir sind rausgekommen. Immer wenn ich hinter dir bin, kannst du mich besitzen bei allen. Also stand da Dinge? Gar kein Bock, dass wir Ärger kriegen. Ich glaube zu meinen, dass das hier der Eingang ist. Ist das so? Na ja. Das muss so sein. Wir müssen gewesen. Hm. Hätte ich gesagt, beginnen wir. Da sind Leute. Da sind Menschen. Menschen. Ich bin ganz nett. Hm. Achso, ja, waffe. Achso. 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 Ist doch ein bisschen tiefer als gedacht. Achso. 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 Pass auf. Rutsch bitte nicht aus. Okay? Oh mein Gott. Ach was. Halb so schlimm. Wie eben auch schön diese Betonplante, da daneben liegt. Hast du nicht eine voll? Bist hinig. Falltest. Einfach mal fucking vier Meter! Boah! Bist du deppert! Naja, ich geh's jetzt einfach mal an. Ich schör's mich an, macht's gut zu sagen. Ich hab mir das jetzt zu verhalten. Sei ein bisschen noch lauterer, damit man's noch mehr hören. Bist du hier ein schönes Gefühl? Schön, nass, eng, heuchte und ruhig. Bitte tut er nix. Hallo, Tinachin! Ein bisschen engwitzter werden, aber ansonsten... Ach so? Naja, zack. Also, Stand der Dinge. Wir haben Frösche mit an Bord. Da geht's weiter. Da oben geht's. Überall sind Nacktschnecken. Naja. Naja. Oh, da ist ein fetter Spinner. Sorry. Gibt's ja nicht. Was mach ich da schon wieder, ohne Seikungsdreck? Ach so? Ist das schlimm oder was? Schlimmes Licht, oder? Mach mal da wieder raus. Bist du denn des Wahnsinns? Oh, ich brauch's Licht. Hallo? Licht? Wo ist Licht? Mama? Mama, da sind solche Momente, wo ich manchmal denke, wieso hast du mich auf diese Welt gesetzt? Wieso kann ich nicht ein normales Hobby haben? Nein. Ich musste... Wo sind wir hier? Da ist das Link. Da muss ich anmachen. Blähart. Auf jeden Fall, da geht's rein. Bist du denn des Wahnsinns? Bist du deppert? Bist das ranzig? Bist das ranzig? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Hallo? Hallo, ist da jemand? Na, gut. Uh, 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 uh. Bist du deppert? Das war eine Rutsche bei dir gewesen. Fick die Hände. Ich stehe gerade wie beim Hachsen. Heilige Scheiße. Ah ja. Hallo. Pass auf, der rutscht doch weiter. Die ist zu nahe, schau mal. Ich glaube der ist traurig. Ah, der Ohrme. Der hat seine Taschen da unten schon seit vielen Jahren. Ja, ja. Schau, das ist wie ein Klo. Okay. Wie fühlst du dich? Dann dreimal aufs Atem. Ich nehme den ersten Gang und Ende in der Sackgasse. Super. Willkommen in meinem Leben. Ist das eine Sackgasse? Ja, das ist eine Sackgasse. Ach so. Ach so. Pass auf, das ist angeblich Sackgasse. Rutschig. Ja. Da brichst du fichst es am Tag, wenn es rauskommt. Heilige Mutter Maria. Ist da ein paar... Was ist da? Wo schütt der Stein aus? Es ist wie so... Bist der schwanger, der Stein? Da ist ein Fütball drin. Heilige Mutter Maria. Nein, ich will nicht. Auf jeden Fall, da geht's raus. Da sieht man ein bisschen Tageslicht. Teil. Was ist verschüttet? Nicht so geil. Und Bio. Bio ist ja nicht. So, Schatzi. Wünsch mir bitte Glück, ok? Bitte tu doch nicht. Vor allem, das ist hutschig. Darf ich schimpfen? Nein, gell? Ok, das muss ich ausblenden. F ist passiv. Bist du Tepper, das ist ja... Heilige Mutter Maria und Josef und wie sie alle miteinander heißen. Bitte bricht, weil ich das mag. Heilige Mutter... Bitte passt drauf, Alter. Also... Ich glaube, ich sehe mich... Oh Gott, ich gebe den Behinderter runter, gell? Echt? Danke. Nein, das ist schimpfen. Danke. Ja. Ähm... Ok. Ohne Scheiß. Du dich da links und rechts abstützen. Weil... Ich weiß nicht, welcher Mensch auf diese Idee gekommen ist, so einen Spaß zu bauen. Oh. 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 Uh. Aha. Da ist eine neuartige Türe. Und? Geil war geil. Das ist überall rutschig. Mmmh. Ob das ein bisschen Schimmel ist? Ich weiß nicht. Das ist sicher gesund für die Lunge. Einfach mal eine Quelle. Geil war geil. 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 Gell? Kannst ein paar abgehen. Können wir uns die Runde waschen. Aber wo ist denn? Das ist eine neue Art hier? Naja... Das ist halt... So ein Alltag ist das gar nicht. Sicher? Ich meine vorne ist eine... Neue Türe. Ja. Vorne ist ein paar Lichter. Ich dachte mir, der ist echt größer. Es war nur alt vor Ort. Geil. Ah, was das einmal war. Warum geht es darum so komisch weiter? Fragen über Fragen. Einmal hier. Ich werde gerade zum Nebenraum hören. Diesen Penis muss ich filmen. Jetzt bin ich gespannt. Bitte, was ist das? Es sind sogar zwei. Ich habe die ersten über zwei nicht gesehen. Welcher kommt meiner am ehemigsten? Nein, Spaß natürlich. Der kommt in der Version an den anderen. Dein Arsch ist dreckig, ja? Du siehst mal gar nichts. Geht schon. Geh, mach ich durch. Ich finde es komisch, dass da vorne einfach mal eine Türe ist. Das ist gruselig. Geil, so richtige Suizidstiegen sieht das. Hallo. Alles gut? Ja. Schleich dich. Hab ich noch. Ja, mal kein Sägen zeiger. Wie kannst du mit den SchichtenIOicen Tümschern von Körner hochreifenden… was?